Was willst du tun? So, Aufschlag! Okay, geil Mann, ich hab richtig Bock! Oh! Nein! Nein, ich hab's zu spät! Hä? Die kann man kontrollieren? Oh! Junge, so ein Aufschlag-Killer! So muss das sein. Du hast dich mit dem falschen Wii-Sports-Spieler angelegt, übrigens. Ich weiß nicht, ob du's wusstest, aber... Ich musste die Spiele ein bisschen spielen! Oh Gott, wieso macht er das nicht so? Der war aber gut! Der ist nicht richtig kalibriert, ich sag, wieso? Okay! Ich hab den falschen Controller! Nein! Boah! Der Aufschlag-Killer! Der Aufschlag-Killer! Der Aufschlag-Killer! Er hat nicht gemerkt, dass ich nach links, äh, nach rechts in den Arm bewegt hab. WTF? Das funktioniert voll schlecht! Ah ja, ey, das macht voll Spaß! Das macht viel Spaß! Ich muss sagen, erst, weil ich so voll verwundert, warum alle so gehyped waren. Ich dachte wirklich, hä? Also natürlich ist das ganz cool, aber die Leute sind ja wirklich... Also vor allem ihr seid ja richtig ausgerastet. Naja, weißt du? Also bei mir ist es zum einen meine Karriere. So, das ist ja auch der Job. Ja, okay. Ich muss ja ausrasten. Ja, bei dir hab ich's verstanden. Ähm, und zum anderen sind wir als Streamer, oder ich, und es ist übel geil für'n Streamen. Endlich wieder sowas zu. Aber jetzt hab ich doch Bock! Ich glaub, es ist doch ein geiles Partyspiel eigentlich. Ja eben, es ist ein viel zu gutes Partyspiel. Und WeSports... Ja, eigentlich hab ich's vielleicht ein bisschen unterschätzt. Oh mein Gott, Alter. WeSports ging ja nie richtig online. Oh mein Gott, Alter. Alter, 42 Antwort auf alles. Erneut mit demselben Freund spielen. Erneut mit demselben Freund spielen. Freund mich mal in Anführungszeichen. Meine Mom damals, wenn wir zum Spielplatz gegangen sind. Ich bin so ein fucking Tryhard in WeSports. Müsste man Nintendo fragen. Wir haben Kooperation mit, äh, Switch Sport oder so. Warum... Kann ich jetzt nur noch... Warum sag ich sowas in solchen Momenten immer? Okay. Aber reicht doch für Tennis, würd ich sagen. Und du sagst? Also, klar, du kannst noch mal verlieren, wenn du willst. Ohhhh, du kleiner Wichs da. Erneut mit demselben Freund spielen. Erneut mit demselben Freund spielen. Freund mich mal in Anführungszeichen. Meine Mom damals, wenn wir zum Spielplatz gegangen sind. Hast du mal Baseball hier gespielt? Du musst das Gamepad gleich benutzen für Werfen. Ich hab's schon irgendwie mitbekommen, ja. Das ist so seltsam, aber ist auch geil. Du hast schon... Es ist schon cool. Mit dem Baseballschläger schlag ich dir gleich deine Fresse ein, Junge. Baseball ist so langweilig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Auch hier. Ja gut, das kann sein. Oh, das hab ich auch gemacht. Ich hieß... Oh nein! Das ist ein Homerun. Der war geil. Junge, wie er einfach hinter die... Hä? Der prallt ja sogar ab. Malte, let's go! Alter, wenn Malte hier keinen Strike für mich macht, ne? Dann ist er auch schon geil. Ja, Malte ist echt... Gefährlich, sag mal. Oh! Uh, der ist raus! Der ist direkt out! Ah! Ah! So gut, so gut! Oh! Nein! Scheiße! Der geht zu... Nein, der geht zu hoch. Der wird von Elisa... Also nicht von Elisa, aber ja. Oh, zurück! Oh, zurück! Ja, ein Punkt! Das ist kein Tanz, aber ich kann mich nicht bewegen wegen meinem Kopfhörer. So, Julius, zeig mal, wie schlecht du verlieren kannst. Oh, was? Ja, pfff! Pass auf, hier kommt ein Langer. Boah, das war voll der... Alter, so ein ekliger Curveball. Was willst du denn? Oh, ich hab noch Dr. Derp. Keine Sorge. Okay, jetzt hab ich Angst. Es ist noch nicht vorbei. Dr. Derp wird leider Homewon machen. Was zum Fick? Aber wenigstens war das so faul. Ihr erwischt uns gerade bei... Alter, was ist denn mit Dr. Derp los? Der ist ja... Der macht seinem Namen alle Ehre, Alter. Aber wirklich. Das machst du doch mit Absicht hier. Willst du nur einen Clipmoment oder so erzählen? Hey, was soll die Scheiße? Aber ey, der ist noch nicht aus... Ach so doch. Wie alle deine Mies auch Brille haben. Du hast allen diese Brille gegeben. Wenigstens einen Punkt. Adios! Deine Chance! Du und deine Nase passt hier definitiv nicht rein. Verzieh dich direkt wieder. Junge, solche gemeinen Bälle. Irgendwie? Ja, okay. War das der? Ja! Das geht gar nicht! Hä? Ich schwöre, das geht gar nicht, oder? Hä? Wie soll man den bekommen? Das war so. Komm schon, Egoraptor. Let's go! Was? Der war voll schön. What the fuck? Der hat mich voll verwirrt. Der kam so übel langsam und dann doch schnell. Will, du machst den nochmal. Ey! Das ist aber auch die schlechteste... Zieh dich! What the fuck? Was war das für ein Ausrufezeichen? Das war ein Homerun, ja? Ist das jetzt Doppel-Homerun? Junge! Was für Doppel-Homerun? Achso, ja klar. Drei Punkte sind das. Die laufen alle durch. Das war zur Störung. Das kann ich nicht mehr. Da kann ich nichts mehr machen. Pass auf, jetzt kommt noch ein Homerun. Oh! Junge, der geht in den Bildschirm. Ja, aber das Foul hat dich sogar noch gerettet. Strike wäre sonst glaube ich draußen. Die schlagen nicht! Hä, was soll das? Ich schlag nicht! Ja, warum? Du musst schlagen, das weißt du nicht. Ja, das war eine Zerstörung meinerseits. Das war echt nicht. Das war echt. Guck mal, ich muss anfangen. So unfair. So ein Pech. Also da sieht man, der Profis am Werk. Noch einmal kurz. Der Wind steht gut. Oh Gott, das wird super. Oh, komm schon! Tja, das war wohl nix. So ein Pech. Schön. Ich weiß nicht, wie gut meine Audioqualität ist. Ich bin ein bisschen weiter vom Mikro. Sehr geil. Ach, scheiße. So will ich das sehen. Bin ich näher dran? Ja. Ich hab's dir geglaubt. Du musst doch den Ball wieder drauf rein, das weißt du. Den Ball, Johnny! Alter, der schlägt nur daneben. Aber for real, wie macht man das, dass das gerade bleibt? Ich checke gar nicht. Hallo, Ball! Worauf achtet die Fernbedienung? Das ist echt super dumm. Digga, die ganze Zeit hat's hochge... Oh mein Gott, bist du schlecht! Oh, der geht drauf. Schade. Ist die grüne Fläche bei dir irgendwie größer? Weil bei mir warst du irgendwie nicht drauf jetzt. Aber vielleicht haben wir auch verguckt. Warte, wir konnten ja gleich nochmal gucken. Warte, ich glaub, Internet bricht grad ab. Oh! Digga, das war ja übel weit weg. Bei der anderen Kamera... Man dachte... Ja, ich hab's auch gesehen. Das war bei mir die gleiche. Vor allem hier! Auch mit dem Schatten! Ja! Ging so voll drauf. So... Junge, wie groß ist diese Fläche denn noch? Oh Mann! Gott, bewahre! Ich raste aus, Alter, was? Ey, man macht dreimal das gleiche. Und es ist jedes Mal was anderes. Was? Nur weil ich A drücke? Checkt... Der rafft ja nichts. Worauf reagiert die Scheiße? Ich check's nicht. Tja, jetzt mach! Du hast nur 17 Sekunden. Ich kann nicht! Jedes Mal... Ja, toll. Schlag? Jedes Mal hab ich zugeschlagen. So ne Kacke. Oh mein Gott, der rollt einfach zurück. Oh nein! Gönnung! Wow! Die ist gönnt. Du bist doch am Rande des Grüns. Das ist doch niemals real. Das kann nicht echt sein. Ne, das ist auch ein Videospiel. Wii Sports heißt das. Glaube ich nicht. Ich fucking Pro! Boah! HS! Junge, geil! Buh! So wack, oder? Ach, Drecksgame! Richtig schlecht. Kann man so verkacken. Bloß, das ist die schlimmste Situation. Jetzt ganz vorsichtig! Und springt da rüber. Ich hatte grad so ein Herz... Das ist das Allerschlimmste, ja. Ich kenn das. Aber Golf finde ich eh immer voll schwer einzuschätzen. Auch bei Mario Golf irgendwie. Ich weiß da nie, wie die Parameter... Boah, der war gut! Der war echt gut, scheiße. Siehst du das? Hä? Der ist ja übel stark. Boah, ich mach den jetzt rein. Kartoffel-Vedges? Ich mach den jetzt rein. Boah, ich will Kartoffelpüree gerade. Das wär der Shit. Boah! Mit so Röstzwiebeln. Das wär geil. Boah, ist drauf. Was? 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 Sollt ihr mich verarschen? Der war ja übel weit auch schon drauf. Der ist einfach mit so einem Magneten... Ich hab so einen Backspin gegeben. Wie beim Billiard einfach. Was soll denn die Scheiße, Mann? Das sah gar nicht natürlich aus. Das sah als hätte so ein Geist den zurückgebootten. Allgemein wär's ein cooles Video irgendwie. Wii Sports klappt, alle Sport ab. Mal sehen. Oh mein Gott, war der strong. Junge, das ist grün. Tim... 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 Wind... 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 Ja, ist drin. Man sieht das da halt gar nicht. Boogie! Hey, ich schwöre, es geht nicht. Er macht grad so Faxen. Okay. Komm schon, bitte verkacken! Ey, ich schwöre, der macht jedes Mal was anderes. Die Zeit läuft. Komm schon! Oh, der war perfekt. Ich hab ihn keinmal im Üben so hingekriegt. Uff. Tims persönlicher Mandela-Effekt ist, dass im Schlumpfeis Gummibärchen drin gereicht werden. Nee, nee, ich sag ja wirklich, da sind welche. Das ist eher, dass alle anderen das nicht haben. Ich sag, alle anderen haben den Mandela-Effekt. Ihr seid die Dummen. Nein, das ist das ja. Du bist gejumpt, so... Nein, nein, es ist ein Mandela-Effekt. Und ich hab recht, da sind keine Gummibärchen drin. Äh, da sind Gummibärchen drin. Verstehst du? Da sind ja aber gar keine drin. Ey, du, ich hatte da gar nicht so ne strong opinion, weil ich hab das eh nie gegessen. Aber... Ich hab das noch nie gehört. Ey, du bist ja nicht mehr fünf. Ganz vergessen. Ich hab das noch nie gehört. Oh mein Gott. Zum Glück geht er nicht mehr auch ins... In die... Ich find es so schwer in Resort in diesem Spiel nicht zu verziehen. Ich weiß nicht, wie die das... Wie die das messen, ob man halt gerade schlägt oder nicht. Das ist wie Frauen. Wenn die dich sehen, müssen die auch immer ihr Gesicht verziehen. Ich mein, der Joke ist okay, aber ich hab überhaupt keinen Plan, worauf sie sich verziehen. Auf gar nichts. Ich wollt einfach irgendwie dich beleidigen. Ach so, verziehen vom Schlag jetzt. Ach so, ja, ja, ja. Du hast doch gesagt, das verzieht sich immer. Ja, und wenn ich dich schlag, kannst du dich verziehen. Und dann meinst ich, dass es... Tim, die Uhr tickt. Zehn Sekunden noch. Da ist aber dieser scheiß Baum im Weg. Pass auf. Wie ein Profi spielt. Wie ein Profi spielt. Oh! Ich sah nicht mal so krass. Aber war schön. Ey, das war schon gut, ey. Ja, ja, ja. Aber ich... Du aus deinem Bunker hast hier eh kein Mitspracherecht. Das ist halt leider wahr. Schuldig nicht. Die Bunker... Ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskommen soll, wortwörtlich. Ah, Junge. Oh, weißt du, was ich mach? Ich mach diesen... Ich mach den Move mit dem Driver, Alter. Obwohl jetzt mega dumm. Ich mach das nicht. Ich hab eh nur diese Scheiße hier zur Verfügung, also warum nicht? Wieso geht das denn so krass ab? Was? Ja! Und auf dem Grün! Der hat den Scheißschläger nie wechseln dürfen. Oh, Junge, was passiert denn jetzt? Warum stehst du eigentlich auch hier? Dein Ball ist ganz woanders. Verpiss dich mal. Zack. Oh, was? Warum geht der dann immer so krass? Ich dachte kurz, der wär aber besser. Muss ich ehrlich sein. Ich hab kurz Angst bekommen. Ja, aber immer wenn man dann übt, geht's und dann nicht mehr. Der muss jetzt reingehen. Der andere Spieler küft immer an den aktiven Spieler ran, um zu sehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist echt aber ein bisschen so. Der kommt echt so im Sinne von, hm? Spielst du auch korrekt? Na? Soll ich dir dann nochmal die Schwungtechnik beibringen? Ich hasse mein Leben. Warum ist der Übungsschlag immer gut und dann, wenn ich so machen will, er reagiert manchmal nicht mal. Guck mal, siehst du das, wie das bewegt? Ja. Deswegen funktioniert das nicht. Ich halt halt still. Er fliegt einfach weg. Guck mal, ich hab einfach Joy-Con-Drift, aber... Das ist das, wie wenn du deine Schulter so an den Türrahmen drückst und dann fliegt dein Arm so nach oben. Kennst du das? Ja, das ist das Geilste, ja. Ja, wenn man das so andrückt, dann fliegt dein Arm. Das ist voll geil. Ich hab die ganze Zeit meinen Schläger so gegen was gegengedrückt und dann geh ich so zum Putten. Ich fand dieses Gegenlehnen klang so wie... Oh, Junge, der wär fast nicht reingegangen. Der wär fast zu kurz gegangen. Ey, trotzdem noch. Ich glaub, das ist jetzt... Besser als ich auf jeden Fall. Ich glaub, ich führe jetzt sogar. Nein, nein, chill. Doch, ich glaub zwei Punkte hab ich... Chill. Schmeller. Let's go! Okay, einen. Chill, chill. Ja, einen. Wir hatten beide recht. Kennst du Hole in One? Warte, ich zeig dir mal, wie das geht. Alles an dieser Aussage ist einfach wrong. Was? Hä? So, mach ihn rein, Johnny. Mach rein, das Ding. Das ist möglich. Boah, ich muss da nicht mal wirklich korrigieren. Das wäre vielleicht nicht Nudeln, sondern... Nein, was? Das war genau diese Situation. Junge, das ist ja nicht mal gejoked. Also, das ist ja nicht mal ein Witz in diesen Videos. Johnny, Johnny, Johnny. Aber ey, diesmal bin ich wenigstens weiter weg. Mann! Wie viele Schläge mehr hab ich schon. Ja! Oh mein Gott! Ey, das ist so dumm. Man will so richtig vorsichtig schlagen. Das Spiel so... So, was soll das? Wieso kann es das überhaupt nicht? Ist echt wie so ein Gag aus deinem Video. Junge, aber das ist auch Schwachsinn. Guck mal. Diese fucking... Ja, ja. Ich beweg's halt nicht. Ich beweg's halt nicht. Blütenweiler. Ey, ich krieg immer mehr Bock auf Paper Mario Chat. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr auch. Junge, der kleine Pistar. Oh mein Gott! Das war ja der Five-Head-Move des Jahrtausends. Als ob du von da pattest. Oh, das war so stark. Oh, das war wirklich gut. Scheiße. Das ist verdient. Ja, ja, ja. Hätte ich dir auch gegönnt. Also das war... Das war krass. Das ärgert mich gerade richtig. Ich habe leider zu überzogen. Hätte ich genaue Stärke gemacht, wäre er genau reingekommen. Weil er ja noch ein bisschen da nach unten geht. Schade, schade, schade. Genau wie deine Videos. Ich hätte Angst an deiner Stelle. Bin ich ehrlich. Das ist eine richtig eke... Ja, ist so eine eklige Ausgangslage. Wie wenig kann man... Du hast ja nur gehustet auf den Ball. Junge, er macht's nicht. Hallo! Er geht nicht mal mehr mit dem Schläger nach unten, Alter. Hey, wollen wir mal ausprobieren, was passiert, wenn die Zeit rumgeht? Let's go. Ich liebe diese... Ja, schön. Komm, der geht auch in den Baum. Gegen den anderen jetzt. Hä? Wieso sieht man nichts? Hä? 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 Das Spiel hat sich aufgehört. Deine Sau? Nein! Weil der in den Blättern hängt. Der fällt nicht auf den Boden. Was? Hä? Du kannst dich doch bewegen. Hä? Was ist das denn? Ich glaube, der hängt im Baum. Hä? Was ist das denn? Alter! Ich verrenke mir was! Ja! Oh mein Gott! Was? Hä? Was? Das ist Betub. Das zählt nicht. Das ist lächerlich. Lächerlich. Schlag 3? Das ist lächerlich. Niemals zählt das. Niemals zählt das. Du hast es geschafft, in Wii Sports nen Ball in ne Astgabel zu schlagen, dass er stecken bleibt. Das ist so ein... Also das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Dass das überhaupt existiert. Das existiert nicht, das ist ein Bug. Ja natürlich war das ein Bug. Er hätte gedacht, dass Wii Sports Club Wolf so verrückt wird. Was? Wie mein Gott. Ich sag doch, ich bin schon immer ein Fan von Wii Sports Club so. Es ist nur so ein dummes Konzept mit diesem Abo-Modell und irgendwie gibt's nur diese 5 Sportarten. Obwohl sie eigentlich Resort ja auch zwischendrin hatten und so. Sie haben nie für die Wii U mal was richtiges draus gemacht. Nein! Oh mein Gott. Was war das denn? Ja, aber auch richtig in die Mitte vom See. Tim will einfach jetzt angeln. Tim hat da so eine Schnur ran gemacht. Halt doch dein Maul, Junge. Wer war denn hier zweimal im Wasser? Stimmt. Ich sehe das Loch nicht mal. Siehst du das? Welches? Was? Ich sehe es nicht. Guck mal. So ein paar Pixel gefühlt. Ich bin jetzt ein Experte. How? Plus 6! Plus. Ich bin. Ich bin. Ich habe auch das i vom Hotel gesehen. Ah komm! Was? Alter. Einfach Pinball. What the fuck? Ich dachte das wird voll knapp. Ja das war auch voll gut. Der war ja auch drauf. Aber der hat ja viel zu viel Speed. Guck mal wie der da ist. Junge! Ja da! Yo! Das ist ja einfach nur... Hä? So ein Flummi. Das könnte gut sein, weil dahin ist diese Landzunge. Aber er könnte auch ins Wasser gehen. Schön, 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 schön bleib liegen. Okay. Wir sind auf jeden Fall einfach da. Da ist ein Entchen. Hä? Was ist das denn? Wie geil! Warum war das so ein Quietscheentchen? Ist das ein Easter Egg oder sowas? Wie süß. Milaz hat's Gesangmodus aktiviert. Das tut mir leid, dass du jetzt runter leiden musst. Oh mein Gott ist der schön! Ein Paar! So eine dumme Scheiße! Auf dieser Map wie stark! Yeah! Und Tim ist jetzt einfach gelockt im Gesangsmodus. Sing! Okay, ich singe weiter. Aber warum? Ich guck in deinen Stream-Reim. Ich will jetzt die Wahrheit. Haha! 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 Das war übel, das Jack! Kurze Konzentration! Das war ein ziemlich guter Schlag. Der war echt akkurat. Und damit werd ich jetzt einrochen. Johnny macht den Ball. Niemals rein. Und deshalb werd ich Sieger sein! Bam! Hä? Du hast es einfach geblüht? Welchen Song ich anmache? Hä? Ja, es war perfekt! Nein! Nein, der war scheiße! Johnny wird schlecht den Golfball spielen. Und dann werd ich nochmal siegen! Johnny denkt, er macht Kassern Scheiß! Doch wirft ihn, schlägt ihn dann ins Wasser rein! In's flüssige Eis! Nein! Oh Gott, nein! Der geht in den Bunker! Oh! Brems! Brems doch! Junge, ist das unmöglich! Wir gehen ja fast echt noch in den Bunker, Alter! Oh! Aber auch richtig, richtig lecker! Hm! Diese eine Runde war halt viel zu krass! Wär der nicht drin gewesen! Wär der nicht drin gewesen! Dann wär's zu sauer gewesen! Dann wär's zu sauer gewesen! Dann hätt ich geliefert! Dann hätt's auch kein Streamer heute gegeben und so! Ja, stimmt! Also heute kein Streamer wär auch richtig schlimm! Ach! Schmutz-Game! Jetzt werden sich die Hufeisen in die Handschuhe gestoppt! Ich brauch ein bisschen Aggression ablegen hier! Au! Wie machst du das? Okay, das weiß ich jetzt aber auch nicht! Wie du so'n... So'n... Hä? Wie geht das? Jetzt aber rein! Hä? Das ist echt weird, man! Also du kannst so ausweichen halt! Spielstopp-Klippo! Nein! Ich kollegiere das! Ich versteh's nicht! Das muss wehtun! Brauchst du ein bisschen Eis? Ja, das verteidige ich das Ding! Das stecke ich weg! Kein Problem! Aua! Boah! Ich muss eigentlich viel mehr! Das habe ich auch damals mehr gemacht! Fuck! Nein! Nein! Ist der strong! Wie machst du diese Kinnhaken? Das check ich mich! Naja... Wie mach ich die wohl, ne? Okay, ich muss einfach so tun, als würde ich wirklich boxen! Ich glaub, das ist am besten! Ey, was machst du denn? Ich darf nicht versuchen... Ich hab die ganze Zeit so getan, als würde ich boxen! Ich versuch die ganze Zeit so... Die Steuerung halt so'n bisschen zu verstehen auch! Aber... Ich muss einfach nur irgendwas machen! Junge, er weicht wirklich einfach aus! Fuck! Brauch mich Noki nochmal weg, bevor er mich einmal hat! Boah! 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 Ich erwisch nicht! Ich auch nicht! Meine... Meine Faust... Ich hab sie so im Munde! Meine Faust steckt in dir drin! Komm schon Tim! Das musst du doch selber merken beim Aussprechen! Das kannst du doch besser! Hallo! Oh, Junge! Geiles Match! Hä? Direkt so ausgeteilt! Geil! Tim, wusstest du eigentlich, dass es losgeht? Au! Alter, nicht so'n cheapen Körpershot, Junge! Oh! Der wär so strong gewesen! Fuck! Voll daneben! Egal! Geil! Oh Mann! Hör mal auf, da immer auszuweichen! Wieso kannst du das? Treff dich öfter, wenn du das nicht hättest! Nein! Zack! ZACK! Nein! Das geht einfach nicht! Ich kann nicht ausweichen! Tim macht immer so übel die 90 Grad-Dings! Was der andere auch macht... Hä? Oh mein Gott! Hä? Was soll das? Warum? Warum sollte das so funktionieren? Warum sollte das die Position jetzt noch tracken? Was passiert hier? Dieses Spiel ist ja so weird! Also ich sag mal so, bei mir hattest du nen TKO. Mit ziemlicher Sicherheit wär der nicht mehr aufgestanden. Der kriegt zwei Siege. Eine normale 10er-Runde und das mit dem Ausweichen. Soooo... Der hier gewinnt! Der gleich nen Strike-Card! Sollte ich dafür stehen, ist die Frage? Ich raste aus! Ey, da ist mein Alman-Me! Von Alman-Nato! Ich dachte grad, ich muss das so machen wie... Ja! Was machst du für Try-Up-Scheiße! So mach ich immer Strike-Würfel in Wii Sports. Außer im ersten, da kann man nicht so weit drüber. Okay, gut. Leute, wenn ihr auf mich wettet, seid ihr dumm. Vorhin bei Wii Sports Resort... Wieso was für Try-Up-Scheiße? Das geht nicht immer so. Der ist auch nicht schlecht, aber da kennt man halt... Alter, das ist grade so ein Betug! Wirklich! Das ist nur noch Betug! Ich hab eben geübt, ich hab die gleichen Würfe fünfmal gemacht, nicht einmal so ne Scheiße geworfen! Schade, Bro! Tut mir echt leid! Das ist ja lächerlich! Das ist ja echt... Puh! Also keine Ahnung... Ich weiß allerdings nicht... Es ist hier nicht ganz wie ein R-Shit! Es ist hier nicht ganz wie ein Wii Sports Resort! Das ist das Problem! So ein Betug, wie das grade läuft! Bam! Wie weird ich da eine Kamera sehe! Ja, das hasse ich! Diese fucking over the shoulder Perspektive ist echt... Naja... Manchmal aber bei 51 World Wide Games glaube ich, nicht bei Wii Sports Club! Oder doch? Digga, wenn noch einmal... Das ist echt schon wieder ne Art Split! Ich hab keinen Bock zu spielen wirklich! Ach, danke! Ja, der musste auch gehen! Tim wäre direkt raus gewesen! Wie dieser Ralle! Alter, einmal kurz die Mies tanzen lassen! Muss auch jedes Mal sein! Nein! Viel zu weit! Oh, wie der Fett! Schön! Schön Asper! Egal, ich mach Strike! Tim, du legst es aber auch immer auf die Splits an! Du darfst nicht so mittig spielen, Junge! Ich kann nicht so gut diagonal! Ich hab da Angst vor! Ich mach auch gerade! Siehste? Strike! Hä? War einfach... War... Es ist einfach die Erfahrung, Bro! Was soll ich sagen? Ich bin Wii Sports Master! Oh, ein fures Glücksspiel! Ja, fures Gl... Okay! Also wirklich! Bowling ist das Skill-basierteste in ganz Wii Sports schon immer gewesen! Da kann... Das weiß jeder! Du brauchst einfach Übung, Bro! Genieß das so sehr! Hä? Was? Da bleiben noch zwei stehen! Junge, was? Wie viele standen da überhaupt noch? Ich hab keine Lust mehr! Keine Sorge, es kommen noch 100 Pins! Das... Das wird wirklich... Das ist die... Das ist eher Glücksspiel! 100 Pins ist... Bam! Bam! So ein Gamer vor dem Herrn! So... Der ist wie so ein Fanposi eigentlich! Junge, es ist so lächerlich, was bei dir alles als Strike zieht! Nein! Das ist... Vercheckst du's nicht! Der hittet doch perfekt! Oh! Ich glaub ich hab nen Disconnect! Scheiße! Gleich hab nen Disconnect! Wir so... Links und rechts... Ach... Fick deine... So... Der ist jetzt riskant! Aber könnte... Yeah! So schön! Sehr schön, sehr schön! Junge! Ich spiel gleich nochmal Baseball! Wie geil, Junge! Wie geil! Ich spiel nochmal Baseball! Das ist savage! Hä? Roll doch nicht ab da! Oh mein Gott! Ah! Nein! Nein! Sehr gut! So, ich glaub ich versuch jetzt einmal... Ach, das war schon der letzte Wurf! Ach, keinen Bock mehr! Hä? Wieso? Ist doch gut, du kannst noch mal! Du kannst noch einen Strike holen! Brauchst du noch nen Nanobot, der dir dann so ein bisschen die Eingabe von... Ach, ich bin! Ich bin behindert! Oh mein Gott! Ich dachte, du bist! Ich dachte grad, was machst du? Nein! Ne, ich wollte gar nicht sezieren! Ich wollte einfach nur spielen! Ja, ich weiß! Ja, gönn doch einmal Pins, Junge! Ich wusste nicht... Warum schlafe ich? Wo kann ich abbrechen? Was war denn das? Nein! So schade! Mann, der kam doch richtig... Der war doch schön! Wehe, wehe, wehe! Oh! Ein Strike muss noch! Ein Strike muss noch! Komm, komm! Schön! Dass du endlich in meinen Chat... Dass du einfach nur in meinem Chat gekommen bist, um mir zu sagen, dass ich aufgeben soll! Geil! Ich danke dir von dem Herzen! Nice Runde! So ein Langweiler, Alter! Wer spielt denn gerade auf... Boah, ein Strike, Alter! Fast! Ich dachte schon! Ich bin ein Langweiler! Ja, was für ein Langweiler, ey! Her damit! So beginnt man nen Race! So beginnt man nen Race! Nachäffen ist übers Schlagpferd! Der war leider scharf! Oh! So beginnt man nen Race! Oh nein! Strike! Das ist wirklich... Der war wunderschön! Der war leider wunderschön! Der war leider wunderschön! Oh nein! Der war wieder scheiße! Ja! Doch nicht! Was? Doch nicht! Okay! Warum sagst du das immer so, als wär's so unmöglich? Was? Wie kann das ein Strike sein? Ne, aber ich hab das gerade erst... Flo Fox, danke! Hey! Let's go! Flo Fox, bei dir mach ihn fertig! Bei mir beschafft das! Hahaha! Ja, er... Er belieftet uns beide anscheinend! Oh! Strong! Nice! Er kopiert meine Methode! Ich... Ich dreh durch! Pff! Nein! Nein! Oh, schön Scheiße! Er war echt schön Scheiße! Scheiße! Komm, schaffst du doch alle! Hahaha! Was? Ich dachte wirklich, ich krieg alles! Oh mein Gott! Dann hätt ich aber wirklich das Spiel beendet! Junge, war das knapp! Das war so knapp! Schönes Ding, Harry! Schönes Ding! Ja! Ne, aber Harry selbst sagt... Oh lol! Das ist Kevin! Das ist immer Kevin bei uns gewesen, wenn wir Kupp gespielt haben! Und immer noch einer von diesen... Hahaha! Was? Der hat ihn in der Wiederholung ja nicht mal berührt! Der hat ihn einfach beim Vorbeigehen kurz gestreichelt! Aber ja, klar! Hä? Okay, also das... Sorry! Aber das ist ja lächerlich, dass das so geflogen ist! Also man kannten... Ja, schon! Der war schon strong! Oh nein! Nein! Jawoll! Nein! Fuck man! Wichtig und richtig! Fuck! Mach mal nicht, du Hund! Nein! Warum immer dieser eine? Was ist denn für sich passiert? Ach, so ein Scheiße! Oh, nur weil ich diesen einen Wurf auch mehr hatte! Alter! Meine Füße sind ja auch so platt getreten mittlerweile! Ja, jetzt wo du sagst, ich stehe auch immer so auf meinen Hosenbeinen gerade! Aber ich habe keine perfekte Hose! Oh, strong! Richtig strong! Wee! Wow! Huh! Oh nein! Das war scheiße! Ich dachte, ich mache einen Bogen! Und als ob der da stehen bleibt! Der wurde einfach verschoben! Hä? Warum war der jetzt so leicht? Der war... Ach, scheiße! Oh, der war aber schön! Könnt ihr sich jetzt auch mal bewegen? Warum machst du nicht das mit diesen viel bewegenden Plattformen? Hier, warte! Ich bin da oben! Hallo, hallo, hallo! Was kann ich denn machen? Kannst du schütteln und hochspringen? Oh, Junge! Okay! Oh! Der war... Geil! Da muss ich sagen, der war nicht schlecht! Ja, aber das war auch übel lucky einfach nur! Ja, ja! Bitte werf einmal in deinem Leben gerade aus, Johnny! Ich finde das so schwierig! Ja, let's go! Let's go! Hä? Oh mein Gott! Scheiße! Okay, das ist für mich übel easy! Die Strecke hätte ich gerne, weil... Oh, der geht in die Bande! Oh, schade! Nein! Nicht in die Bande! Der sah auch voll gut aus, Mann! Ich habe es direkt gesehen! Oh! Der war geil! Der war richtig geil! Ich will dieselbe Map! Den habe ich gefühlt, den Wurf! Ja, du solltest jetzt mal die haben mit diesen fünf bewegenden Plattformen! Junge, das ist so unfair! Das war mit Abstand die schwerste! Das stimmt! Kann das sein? So verdient! Ja, aber wo soll man denn sonst hinwerfen, Tim? So verdient! Du hast doch genau auch dahin geworfen! Was soll man denn sonst machen? Oh, gut! Wo du noch meintest... Oh, die... Ah! 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 Vielleicht ja doch! Ja gut, wahrscheinlich, indem man mit A so ein bisschen nach da hinten geht, aber sonst... Yeah! Scheiße! Kriegt man jetzt wenigstens ein schwieriges Ding! Das Ding ist halt null... Ich habe die ganze Zeit so schwierige! Null ist viel zu bitter! Also ich glaube, du führst gerade Haus hoch! Hä? Oh, lol! Was ist das denn? Das ist doch überhaupt nicht... Was soll das? Man kann nicht so gut mit Dralle auf... Ah! Hätte der nicht bleiben können! Der da links... Hä? 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 Ich schwöre, das kann nicht sein! Nicht mal ein Spare! Das heißt, nächste... Nächste Strecke wird... Scheiße! Kann auch aufholen! Lol! Wieso? Wieso kriegen wir die? Was ist daran schwer? Ich check's nicht! Also ich werde das auch nicht gut machen, aber wo ist die Schwierigkeit? Oh! Zum Glück! Natürlich fällt bei dir dann auch der letzte Kegel um und ich muss da leiden, ey! Hm... Okay, Spare! Richtig! Das sind auch viel spaßigere Maps, ich find's voll schade! Wollen wir noch eine Runde davon machen und gucken, ob wir anderen Shit bekommen? Oh! Wann holst du jetzt plötzlich auf? Was soll die Scheiße? Mach mal gegen die Wand oder so! Nein, der ist zu weit... Ja! Doch nicht! Ich dachte, der geht zu weit rechts! Oh, der hat den grad so noch bekommen! Scheiße! Bam! Richtig clean! Richtig clean, Mann! Junge, was... Wo soll denn die Kugel hin? Oh! Nice! Oh shit! Heißspiel, Alter! Oh shit! No way! No way! Wo ist das hier? Alter geil! OBS ausschalten... So... Ach komm, ihr Pisser! Ja, jetzt hab ich doch erst recht keine Schuld! Junge! Was für... Was für ein Diss... Ah, hier, komm, wirf irgendwie... Hä, Eis auf! Das wär... Das wär ein Strike gewesen! Das kam jetzt unerwartet! Oh mein Gott! Oh, lol! Ja! Oh, lol! Hör mal auf! Aber warum genau das letzte? Das ist voll scheiße! Nein! Ach, danke! Wie kann das sein, dass du so eine gute letzte Runde hattest? Ja, gut war die jetzt auch nicht! Ja doch! Ein Spear und ein Strike ist perfekt! Man könnte drei Strikes machen, aber sonst... Oh, geh doch weiter rüber! Der war doch voll angedreht! Scheiße, Mann! Und wieder mal gewonnen! Ah, in Bowling! Ja! Aber hast du dein Bestes versucht, Johnny? In Bowling hab ich Übungen! So, erneut mit diesem Freund spielen! Ach, das ist doch scheiße! Vampirzähne! Das ist deine Mutter Vampirzähne, ey! Das ist der schlimmste Split! Den kann man halt eigentlich nicht retten! Das hätte man aber auch gönnen können! Guck mal hier! Wie knapp! Hä, wie... Oh Gott! Wir sind übel desync, glaub ich! Komm! Gönn! Nein! Auch ein Split! Vampirzähne! Ja! Ich raff das nicht! Wer macht denn Nachahmen? Ach, Johnny, ich hab dich nie! Ja, auf jeden, Tim! Ich mich auch! Nein! War so klar! Ich wusste schon, als du Ja auf jeden gesagt hast, wusste ich schon... In seinem Kopf brütet grad schon der Joke, der hinten rumgegangen wird! Ja, aber der war halt auch nicht mal gut! Ja, mit Heiß und Hockey! Ja, ja! Ja! Oh, wie schön! Oh mein Gott, wie schön! Echt? Hallo! Hat das Bonuspunkt den Split, oder? Willst du noch ne Banane dazu? Ich split dich gleich auf! Geil! Geil! Bowling macht so Spaß! Wii Sports macht so Spaß! Können wir bitte uns auch... Oh, Alter! Wie viele sind da umgefallen, hä? Kann bitte Wii Sports für Switch so geil werden wie das hier? Weil es ist ja an sich geil! Ach, Scheiße! Ist mir einfach so viel zu nischig, die Scheiße! Nein, ich hätte es andersrum andrehen sollen, ich Volli-Dude! Dann hätte es geklappt! Nein! Aber wie hast du es geschafft, da immer nicht dagegen zu werfen? Ohne... Johnny muss immer meditieren vor jedem... vor jedem Wurf! Nicht dagegen! Noch mal keinen... Ja, bitte! Was für ein geiler Schuss, Mann! Was für... Ich liebe es, wenn die Pläne aufgehen! Komm, der geht! Ja! Der war auch richtig... Endlich... Endlich sieht... Habe ich es mal wieder... Endlich habe ich auch mal wieder gesehen, dass der richtig perfekt fliegt! Es war vorher... Irgendwie war da die Magie so ein bisschen raus! Der war ja mega scheiße! Warum war der denn plötzlich so scheiße? Kaum noch ein Sphere! Was lässt mich schon mal hin? Na! Doch! Das sollte ein... Clean Slate! Oh, ich dachte gerade du hast gewonnen wegen Rekord! Ich habe sogar ein Rekord bekommen! Was für eine Demütigung! Naja, du hast es noch nie gesp... Ach ne doch! Haben wir jetzt es heute mal gespielt! Ich habe jetzt einen Rekord gemacht! Komm nie kurz kurz!